Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Place. Und auch heute spiele ich wieder King's Quest 1, wo wir das letzte Mal mit Hilfe von Nils den Condor dazu bewegen konnten. Ganz friedfertig und vollkommen ohne, dass wir ihn dabei beschädigt haben, uns zu einem kleinen Gebiet zu bringen, das wir bisher noch nicht erforschen konnten. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Wir schauen es uns gemeinsam an. Ja, hier hat er uns abgesetzt. Der Game Speed ist noch einmal ein bisschen verstellt. Aber es gefällt mir gar nicht so schlecht. Haha! Dann haben wir das schon mal geschafft. Wenn ich diesen Mushroom jetzt esse, Since you do not know what eating this Mushroom might do, you decide to take only a small nibble. Woah! Holy fuck! I know where to use that! Whoops! Alles. Ha! Sehr gut. Okay, äh, wie komme ich jetzt wieder raus? Das heißt, ich muss einen anderen Weg hier raus finden. Hm. Tackeln. Das heißt, ich bin zumindest nicht alleine. Die Torch ist zu heiß, um zu touchen. Daneben... ...höh, lass ich sie brennen. Woah, 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 woah. Guck, 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 guck. Ich kann es nicht bewegen. Alles gut. Du schmeißt bloß keine Bomben auf mich. Das heißt, der Rat grins krookedly, ...hier long-pointed fangs glistening in der Torchlight. Das ist nicht, Mister. Nur ein bisschen näher. Nein. Hier. Cheese, eh? Ja, jetzt, dass du es erwähnt hast, ... ich glaube, ich bin ein bisschen hungrig. Und so musst du mich nicht essen. Der Rat drohlt sich an der Seite des Cheese, ... und es von deiner Hand entfernt. Du möchtest... ... und eins, zwei, drei, vier, fünf. Aha! Es läuft ja. Ah, wotda, 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 wotda! Oh nein! Es gibt zwei Leprechaun-Guards hier, ... und sie sehen nicht so glücklich, dass sie dich überhaupt sehen. Was sollst du jetzt machen? ... und sie sehen nicht so glücklich, dass sie die Leprechaun-Guards hierherkennen. ... und sie sehen nicht so glücklich, dass sie die Leprechaun-Guards hierherkennen haben. Oh! Oh! ... und sie sehen nicht so glücklich, dass sie in deinem Hande in deinem Hand nehmen. Wow! Äh, hä? Wenn die jetzt wirklich... Wow! Hey! Was? Nils? Das da ist ein vierblättriges Kleeblatt. Das hättest du sehen können, oder? Das hättest du eventuell sehen können. Ja, hättest du, aber erstmal alle Gegenstände in deinem Inventar ausprobieren. Bitte, bitte. Moment. Ich vernichte die alle mit meinem vierblättrigen Kleeblatt? Ich schätze, ich habe einen neuen König. Also, ihr habt einen neuen König. Also, ihr seid verschwunden. Das war erschreckend leicht. Ah, ich möchte aber... Nur kurz. Ganz kurz. Ich bin auch gleich weg. Ah, komm. Das ist ein ziemlich einfacher Ston-Thron, compared to King Edward's. Ja, gut dann nicht. Ich kriege bald einen größeren Thron als den hier. Äh, wie komme ich hier raus? Ich komme hier lang. Das kleine Hohle führt zu den Außenwäldern. Du bist viel zu groß. Du, 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 ich finde es toll, dass sie den Mario-Sound verwenden. Das werde ich tun. Das erste Mal, dass der Erzähler etwas sagt, was mich wirklich, wirklich unglaublich freut. Ich könnte dieses Spiel beendet haben. Ich könnte dieses Spiel beendet haben. Ah, deine heldenhafte Musik dazu. Ich fühle mich eingeladen, König zu werden. Heute ist ein guter Tag, um König zu werden. Und da ich die Musik immer noch nicht benutzt habe, ich werde das Schloss nicht finden, oder? Hallo, Vögelchen, seht euren neuen König. Hallo, Brücke, nie wieder wird ein Troll dich bewachen. Hallo, Brücke, nie wieder wird ein Troll dich bewachen. Hallo, kleiner See, eure Fische werden unter meinem Schutz immer weiter springen. Ja, denn ich werde König sein. Hallo, Seeschlange, bald dienst du mir und wirst nicht mich fressen. Warum sind die Wachen nicht auf ihrem Posten? Warum zur Hölle sind die Wachen nicht auf ihrem Posten? Das ist wunderschön. Warum sind die Gäste auf ihren Posten? Ja, genau das frage ich mich auch. Wenn ich König werde, dann muss ich das ändern. Die Gäste ist verabschiedet. Diese Umgebung ist meistens mit den Damen und Herren des Kastels. Das ist sehr ungewöhnlich. Sie beginnend zu fühlen, als ob alles nicht richtig ist in der Kastel. Sie können faintly hören, eine commotion in der King's Chamber in der Westen. Da ist nichts zu tun. Oh, unser King's melancholy ist zu viel für's Herz zu bear. If only Sir Graham had returned with the three lost treasures of Davintree. Seht mich kommen. Ich bin zurück. Oh, mein Gott. Es ist ein Kreis. Es ist ein Kreis. Es ist ein Kreis. Hat er seine Besucher gefunden? Shh. Es ist ein Kreis. Ihr Herr Heinrich, ich bin bei Ihrem Service. Und immer. Hättest du in Ihrer Reise gelungen? Wie hätte ich versagen können? Ich hätte ewig durch diese Wälder rennt können. Aber ich habe es nicht getan. Ich bin tatsächlich vor einer Ewigkeit zurückgekehrt. Habe den magischen Spiegel gefunden. Den magischen Schild. Und diese magische Truhe. Alles magisch. Werde ich jetzt magisch König? Ich habe Ihnen einen beigestellt. Entschuldigung. Ich bin froh, es ist ein bisschen zu late für mich. Aber du hast mein König superbein getan. Oh, das ist... Wie ich habe gegründet. Der Kronik ist deinem. Ich weiß, dass du dieses König gut servierst. Ja, das werde ich. Der Kronik ist tot. Und tut mir leid wegen dem gestellten Bein. Long live the King. Long live the King. Danke. Danke. Oh, danke. Darauf habe ich heute... Bin ich eben rot angelaufen? Egal. Darauf habe ich ein Leben lang. Gewalt. Despite the loss of their beloved King Edward, the people of Daventry grew happy and prosperous for years to come. And whenever King Graham looked into his magic mirror, he saw visions of adventures yet to come. For him, for his children, and for Daventry, the land he loved so much. Ich bin verflucht. Ja, Freunde. Das, das war King's Quest 1. Und zwar das Remake von King's Quest 1. Mir hat das Spiel einen riesigen Spaß gemacht. Ich werde mit Sicherheit auch den zweiten Teil spielen. Wenn es euch nicht unbedingt so gefällt, könnt ihr das gerne mitteilen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann favorisiert das Video. Dann werde ich euch auf jeden Fall teilhaben lassen an den weiteren Aufgaben von mir und meiner Familie, der Königsfamilie von Daventry. Und... Falls ihr mich abonnieren wollt, tut das gerne. Das Spiel hier habe ich beendet. Und ich bin... ein bisschen stolz, denn es war doch ein ganzes hartes Stück Arbeit. Und es hat länger gedauert, als ihr gesehen habt. Deutlich länger. Ich danke euch fürs Zusehen. Mir bleibt nur zu sagen, ich liebe euch alle, meine Untertanen. Und euch, meine Freunde. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Bis zum nächsten Mal. 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 You scored 135 out of a possible 158 points. We encourage you to play again and try for the top score. Thanks for playing, we hope you enjoyed King's Gift I VGA. In memory of Wells Lauren, Steven Switzer, the adventurers who introduced something. Then, see you next time!